Yo, 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 was geht ab, Leute? Willkommen zurück zu einer neuen, dreckigen Episode hier auf meinem Dreckskanal. Wir sind wieder mit Johnny Fuß unterwegs. Ja, das war hier rückwärtsgang einlegen. Wir fahren jetzt ganz nah an Johnnys After run. Zack, zack. Ey, das ist so ungewohnt für mich. Weißt du, als Motorradfahrer, der hört mich gar nicht. Johnny, Johnny! Das ist so ungewohnt, weil ich bin Motorradfahren gewöhnt. Alter, ich werde heute sterben, ich sag's dir. Soll ich ausmachen, die Dreckskarte? Noch näher? In den After rein. Rein damit. Wo geht's aus? Das ist doch der Kill Switch, aber wo ist der Schlüssel? Ach, da. Ja, okay. Rein damit. Was passt da rein? Acht Schlitter? Locker acht Schlitter. Ich mach die hier auch auf. Babam. Das hier ist eine 650er Renegade und das ist eine Tausender Renegade von der Marke Can Amam. Alter, diese Brille beschlägt wieder. Johnny wird mich heute beides fahren lassen. Erstmal fahr ich die 650er und danach die Tausender. Die hier hat, ähm, wie viel Pärs hat die? 60. 60 und die? 90. 91. Okay, krass. Krass. Das ist schon mal ein gewaltiger Unterschied. Du kannst den Deckel wieder zumachen. Ja, Chef, mach ich. Ich geh jetzt tanken, Alter. Ist mir egal, auch wenn er jetzt ausrastet. Die drei. Ups. Ja, mit Karte, genau. Äh, geht's auch bar mit Euro? Ja, dann machen wir das so. Perfekt, dankeschön. Ciao. Ja, wie gesagt, der Brille hat mich hier alles machen lassen, Bruder. Er hat mich seine Waffen testen lassen. Dann wird er mich bestimmt noch RC-Autos fahren. Jetzt lässt er mich Quad fahren. Äh, ich darf sogar seine Schamhaare abrasieren. Hier, kannst du sogar absetzen. Hast du bezahlt? Bist du dumm? Wie bin ich dumm? Bist du dumm? Ich bin nicht dumm. Du bist dumm. Alter, wie fährt der? Ah, das Ding hat so Power. Eieieiei. Oh, Alter, was macht der da? Junge, direkt Ohrfraut oder was? Oh, er driftet. Alter. Ja, was gibt es zu dieser Maschine hier zu erzählen? Ich habe ja gar keine Ahnung. Ich versuche es trotzdem mal. Ähm, hier auf der linken Seite ist die Hupe. Ah, ah. Dann haben wir hier auf der linken Seite nochmal Blinker. Ähm, Gas ist hier. Beim Motorrad ist Gas hier. Hier ist einfach Gas. Oh, oh, Digga. Wohin, wohin? Was macht der? Wieso blinkt der? Wieso blinkt der? Wo will der hin? Oh, wir fahren da lang, okay? Also, weiter geht es im Programm hier. Ja, das ist eine 650er mit, was hat er gesagt? 60 PS. Das sind, glaube ich, so die besten Dinger, die man auf dem Markt erwerben kann. Komplett hier mit Allrad auch. Ah, ich habe gar keinen Bock mehr zu lang. Oh, also ich habe eben gedacht, ich sitze wieder auf dem Motorrad. Fast wieder hingelegt. Oh, was macht der denn? Alter, der hat schon krank Skill. Der macht das nicht zum ersten Mal. Das merkt man. Das merkt man. Alter, ich sage euch. Es ist so scheiß ungewohnt. Warte mal, ich würde versuchen, was zu erklären, wieso das so ungewohnt ist. Für alle, die noch nie Motorrad gefahren sind. Und zwar beim Motorrad ist es so, wenn man in eine Kurve reinfährt, wenn man lenkt, dann muss man sich... Dann muss man mit seinem Körper arbeiten. Hier nicht. Hier muss man einfach nur dreckig lenken. Eigentlich ist das hier viel einfacher als Motorrad fahren. Aber wenn man so lange Bike gefahren ist, ist das vollkommen behindert. Und alles okay? Ja, ist alles okay. Top, vielen Dank. Vielen Dank. Der Nachfrage ist so süß. Er ist einfach so süß. Johnny ist der süßeste Mensch, den ich... Ist das kalt, Alter. Es sind minus vier Grad. Wir Idioten, Keks-Idioten, fahren einfach hier mit. Und ich schaue nur diese billigen Handschuhe an, weil er keine andere hatte für mich. Wie der Brett sagt, ich kann gar nicht so schnell. Doch, doch. Einfach den Glas hier mit betätigten Rohr. War es das schon? Fahren wir schon nach Hause? Oh, rechts vor links. Rechts vor links. Das ist nicht so viel beim Auto. Wenn man hier einen Fehler macht, dann ist man gehickt. Ich bin so gespannt, wie die Tausende da ist. Sacka zu. Sacka sie. Harado. Johnny, Hand bremst. Meine Füße, sage ich schon, Alter. Meine dreckigen Behinderten-Klumpfüße, Alter. Nein, meine Hände. Oh, geil. Geil, Schnee. Schnee. Alter, ist das geil. Ist das geil. Ahoi, Junge. Oh. 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 Alter. Ist das nice. Ah. Ah. Oh. Ich schaff das Ding nicht unter Kontrolle. Alter, wie der Pferd wieder. Letzter Kick. Johnny. Geil. Ich komm gleich. Du kannst doch fahren, du Kek, Alter. Du hast ja auch richtig geile Handschuhe. Da kommt gar nichts durch. Bei mir, ich hab einfach all die Handschuhe. Kann ich jetzt einfach hier drüber fahren? Einfach so? Ohne mir Gedanken zu machen? Kommt der da? Oh, ja. Ja. Was will er machen? Will er jetzt tauschen? Ah. Was ist das? Hey, Moment mal. Ich weiß, wo ich bin. Da hab ich doch letztes Mal gebildert. Mit dem Azubi. Das hier ist die Cross-Strecke. Schau, wir können nicht drauf. Ja, Mann. Ja. Oh, geil. Wir wechseln jetzt. Ja. Bordmodus ist an. Bring mich einfach nicht um. Ja. Ich versuch's. Alles klar. Wir testen jetzt das Tausender Quad. Bevor, kannst du nochmal hier kurz Soundcheck machen? Gib dir. Gib dir. Gib dir. Wow. Wow. Geil. Geiler Sound. Ja, genau. Zum Vergleich. Ja, ja, ja. Ist schon ein Unterschied. Auf jeden Fall. Merkt man schon. Also, ich hab schon ein bisschen Respekt vor dem Teil. Obwohl meine Triumph damals auch 1.000 Kubik hatte. Oh, ja. Der hat schon langs, Alter. Jetzt sagen sie, dass ich mich auf die Fresse lege. Das Ding springt nach vorne. Das ist kein Wheelie, Alter. Oh, ja, ja, ja. Ich merk schon. Ja, ja, ja. Ich merk schon. Ich merk schon. Oh, krass. Krass. Boah. Alter. Kein Wunder, dass der so einfach driftet. Boah. Alter, die Tausender ist ja geil, Alter. Ich will nie wieder diese Scheiße nach vorne fahren, Alter. Was ist denn da? 650 Kubikar. Habt ihr? Hä? Der ist gesprungen. Der ist einfach gesprungen. Oh. Ich auch. Ich auch. Johnny, hast du das gesehen? Naja, der hast du nicht. Gehen wir wieder auf die Straße? Oh, krass. Okay, okay. Ah, nee. Wir gehen nicht auf die Straße. Wir blättern wieder. Ey, das ist so geil hier. In Deutschland ist das ja komplett verboten, aber hier kannst du überall rein, Alter. Was ist das für eine Freiheit? Das kenne ich ja nur von Bosnien und so, aber Bosnien ist halt zwölf Stunden entfernt. Hier, Alter, fährst du zwei Stunden oder drei Stunden und bist im Paradies. Boah, was ist jetzt los? Was habe ich falsch gemacht? Was habe ich falsch gemacht? Was habe ich falsch gemacht? Junge, das sah einfach nur scheiße aus, Alter. Das war, das sieht schon auf der Kamera beschissen aus, aber ich kann euch sagen, in real life sah das jetzt noch ein bisschen das beschissen aus. Das ist bitte fit. Ey, Alter. Oh, scheiße. Dschungel, Dschungel. Wie soll ich hier durch? Ey, guck, 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 Junge, was er da macht, Alter. Der war ja bei der Bundeswehr. So was lernt man dort. Ich kann das nicht. So komme ich da gar nicht durch. Oh, scheiße, Junge. Wie hat der das gemacht, Junge? Ah, ich habe einen Stock im Auge. Oh, geil. Geil. Ey, wenn dieser Pummi sich umknickt, Alter, dann bin ich tot, Alter. Tot bin ich. Oh, yo, yo, yo. Oh, wie leicht man mit dem Ding driften kann. Aber das kann ich nicht. Das, was er da vorne macht, ist ja geisteskrank. Geht nicht, geht nicht. Johnny, 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 warten auf mich. Johnny, du Hund, Johnny, du Hund, du, Johnny, du Hund, du. Ich gebe jetzt Vollgas hier. Alter, ich habe Angst. Sportpolis, activated. Ja, ja, da muss man schon ein bisschen Respekt haben vor dem Teil. Weiter geht's hier. Ich sag euch, wenn ich so driften würde wie der, ich würde in diesem Laternenmast landen. Das ist gar kein Laternenmast. Das ist ein Pimmel. Boah, ach du Scheiße. Ach du Scheiße, Vollgas ist ja krank auf Schnee. Nochmal, nochmal. Boah. Boah. Alter, Vollgas ist ja echt krank. Oh, Eis. Oh, jetzt ist das Eis gebrochen, Junge. Jo, inzwischen und Zweiten. Ah ja, jetzt kann der meine Schamware zupfen. Jo, guckt euch, das Bad, wie der fährt. Das sah scheiße aus. Das wird jetzt noch behinderter aussehen. Wow. Ach du Scheiße sah das scheiße aus. Jetzt nochmal hier. Hey, nochmal, nochmal. Für die Aufnahme. Ja, ja. Das sah noch behinderter aus. Ich hoffe, der ist noch beschissener. Ja, ja, ich hoffe, der ist noch beschissener. Geil, Johnny. Geil. Richtig gut. Ah, ich habe was ins Auge bekommen. Obwohl ich eine Brille trage. Ja. Alter, wie siehst du aus? Als ob dich jemand vollgekackt hätte, Alter. Das sieht so geil aus. Mein Gott, wie würde ich jetzt noch dran zuschneiden, Alter. Ich kann gucken, dass dein Liedsbaumer ist, aber es ist gut. Ja, perfekt. Gib Gummi. Ich war jetzt auch voll egal. Es ist mir egal, was passiert. Oh. Oh, das geht nicht. Keine Chance. Da fliegst du den Baum. Oh, ich will auch da durch. Ich will auch einmal da durch. Ruh. Oh. Alter, wie der spritzt. Alter. Scheiße, Mann. Alter, ich bin komplett nass. Du Kek, Alter. Ich dachte, oh mein Gott, geil. Ich bin voller Scheiße. Oh. Ach, du Scheiße. Du dreckiger Kek, Alter. Das hab ich nicht kommen sehen. Pfei. Ich bin so vollgeschissen. Alter. Du Kek, Alter. Ich hab das nicht kommen sehen. Komplett vollgeschissen. Der hat mich komplett hängen lassen. Ich fahr da raus. Ich will nicht mehr hier sein. Ach, ich wurde vollgeschissen, Alter. Das ist das Beste, was mir jemals in meinem Leben passiert ist. Ich wurde von Johnny Hatt vollgeschissen. Ja. Oh, krass. Ja. Das sieht man jetzt bestimmt auf Kamera nicht, aber da vorne sind Dinosaurier, Junge. Oh, wie viele. Digga, jetzt weiß ich, wieso der hierher gezogen ist. Alter. Boah, Alter, das war knapp. Das war dick knapp. Der will noch näher dran. Ich hab keinen Bock auf dich, Alter. Verpiss dich, Alter. Boah, das war verdammt. Der kann das, der kann das, der kann das. Der kann das. Boah. Boah, du dreckiger Kek. Verfäng dich, Alter. Du bist wieder vollgeschissen. Boah. Ja, ich kann das auch. Da staust du, ha? Du hast mich einfach wieder vollgekackt. Ja, Mann. Geil. Deine Linse. Hä? Linse. Linse. Perfekt. Geil, oder? Mega. 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 Ich kann nicht mehr reden, Alter. Das ist zu geil. Aber wie er daran denkt, Alter, was war ein professioneller YouTuber? Deine Linse, sagt er. Deine Linse ist nass. Ja, guckt mal jetzt da, ja. Puh. Oh. Oh, mein Gott, Alter. Oh. Oh. Voll in die Scheiße, Alter. Yeah. Oh. Oh. Alter. Hahaha. Alter, ist das geil. Ist das geil, Alter. Ich bin voll in die Scheiße, Alter. Ich muss das zeigen, Alter. Guckt euch mal, wie das Quad aussieht. Ach, du Scheiße. Das macht so Bock. Ja, ich weiß, Alter. Das macht so Bock. Offroad ist so geil. Lass mal hier Video beenden. Danke für diese Erfahrung. Und auch danke für nichts. Bro, krank, 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 krank.